Karmasana, die Stellung, um Karma zu überwinden. Gib den linken Fuß links neben die Hüfte. Gib den rechten Fuß auf den linken Oberschenkel, sodass die Ferse den Nabel berührt. Dann gib die linke Hand nach hinten an den linken Fuß und halte die Finger der rechten Hand. Anschließend sitze gerade und schaue zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Das ist Karmasana, die Stellung, mit der du Karma verbrennen willst.